Wer bringt mehr? Herzlich Willkommen zum Finale von Wer bringt mehr? Toller von der Saal heute, also wir waren heute schon beeindruckt, wie wir reingekommen sind. Wir haben noch mehr Beteiligung als beim letzten Mal. Also, das macht Spaß, das lohnt sich. Sagt auch den anderen, die sollen mitmachen, dann haben wir im nächsten Jahr noch einen ganz ausverkauften Saal. Viel Spaß bei der Veranstaltung, ich freue mich. Danke schön und auf den Saal. Applaus von der Saal heute, komm ruhig umsohlen! In der Saal gibt es 500 Euro hoch! Herzlichen Glückwunsch an die Dieter Sportwärts auf Wunsch der Welt! Applaus von der Saal 1.1 für den Kindergarten-Tiro aus Bürokonzern! 1.000 Euro! 2.000 Euro! 1.000 Euro! 2.000 Euro! 3.000 Euro! 2.000 Euro! 1.500 Euro für die Ausgabe der Rollstuhl-Aberatung. Wir gehen nach dem Show. Ist ihr Lust nach dem Show? Ja! Ich kann jetzt auf die Ausgabe der Rollstuhl-Aberatung sein. Ich kann das nicht befassen mit einem Lensません. Das war's für die Verteidigung. Ich kann das nicht ustedes mal am Ari die Verteidigung der Rollstuhl-Aberatung. Ja, der erste Platz fiel an Albert Schweizer Gennart Superpreis. Herzlichen Glückwunsch für euer Projekt. Und auch hier war noch ein Schläger. Bleibst du, wenn man nicht braucht. Ich bin kein Verlierer. Denke, weil sie nicht mehr an. Fähre nicht mehr. Fähre nicht mehr. Schöne, wenn man nicht braucht. Schöne, wenn man nicht braucht. Herzlichen Glückwunsch für euer Projekt. Herzlichen Glückwunsch für euer Projekt. Herzlichen Glückwunsch für euer Projekt. Wir sind extra weit. Viola! Sind Sie bereit? Ja! Meister Morsi, der Kamalos. Where the feeling is right, feeling is right. Feeling is right, feeling is right. Was? We are at the beach, I like to dance. We are rhythm of night. Sounds of Fiesta. We are at the beach, I like to dance. We are rhythm of night. Sounds of Fiesta. Aus 2700 Kindern in ganz Brandenburg sind das die Pärsfälle! Sei auch dieses Mal wieder dabei! Anmeldung unter www.verbrinkmehr.net